Aufbauend auf einer starken Familientradition und in ständigem Streben nach technologischem Fortschritt bietet Bumatic eine komplette Produktpalette von Melksystemen an. Für Herden ab 25 bis hin zu 10.000 Kühen werden wir ihren Melkbedürfnissen gerecht und bieten Lösungen an, die mit ihrem Betrieb wachsen. Für die Generationen der Zukunft. Mit dem Xpedia 360 iX Melkkarussellsystem definiert Bumatic das professionelle Melken neu. Zu optimalem Komfort und Sicherheit für Kühe und Melker kommen Effizienz des Systems und Spitzenqualität des Endprodukts. Begleiten Sie uns zu einer Besichtigung des Xpedia 360 iX und überzeugen Sie sich von den unvergleichlichen Vorzügen dieses kompletten Melksystems. Der Eintrieb der Kuh auf die Plattform erfolgt einfach und sicher. Die gesamte Konzeption und insbesondere die einstellbare gebogene Torform verhindern Verletzungen und Stresssituationen. Die Plattform ist offen und einladend. Die gesamte Ausrüstung ist so integriert, dass durch rutschende oder stolpernde Tiere keine Beschädigungen auftreten können. Der Betonboden ermöglicht einen komfortablen Gang und ist geräuschärmer als eine Stahlplattform, was den Arbeitsbedingungen zuträglich ist. Jede Kuh hat viel Raum in ihrer individuellen Box. Der pneumatisch betriebene Platzteiler führt die Kuh sanft in die optimale Melkposition. Die Melkplattform sorgt für optimale Positionierung der Kuh und angemessenen Schutz von Melker und Ausrüstung. Die leichte Neigung des Betonbodens bewegt die Kuh dazu, nah am Melker zu stehen, was den Zugang zum Outer erleichtert. Die optimale Milchschlauchführung verhindert, dass Kür drauf treten und Melkzeuge abfallen. Durch korrekte Positionierung und Ausbalancierung des Melkzeugs am Outer wird ein ausgezeichnetes Melkergebnis erreicht. Die Arbeit im Expedia 360 iX ist auch für den Melker komfortabel und sicher. Das Ansetzen ist ganz einfach. Melkzeuge und Bedienelemente sind in Reichweite. Die Outer befinden sich in Augenhöhe des Melkers, wodurch Zugang und Sicht optimiert sind. Das Design der Arbeitsplattform sichert eine ergonomische Position und verhindert Ermüdungen und mangelnden Komfort. Die Innenmelkerplattform bietet eine gute Übersicht über alle Kühe. Falls notwendig, können während des Melkens Fruchtbarkeits- und Gesundheitskontrollen durchgeführt werden. Auf der Plattform des Expedia 360 iX sind die Kühe während des gesamten Melkvorgangs entspannt. Dies ermöglicht ruhiges, sauberes Melken und führt zu einer optimalen Leistung Ihrer Kühe und einen komfortablen Arbeitsplatz für den Melker. Der Austrieb ist ebenfalls stressfrei und sicher. Die Tiere verlassen die Plattform auf ruhige, natürliche Weise, sodass die Arbeit ohne Unterbrechungen weitergeht. Die Lebensdauer der Bumatic Melktechnik macht das Expedia 360 iX Melkkarussell zu einer ausgezeichneten Investition. Eine robuste Unterbaukonstruktion trägt die ungefähr 13 cm dicke Stahlbeton-Bodenplatte. Die Plattform dreht auf Präzisionslaufrollen, von denen jede eine Tragkraft von über 11 Tonnen hat. Die abgedichteten pneumatischen Zylinder des Expedia 360 iX erfordern weniger Wartung als normales vakuumbetriebenes Material und sind aber bis zu 10 mal leistungsstärker. Die Melkplatzsteuerungen sind an der Rückseite der Kotbleche integriert und zwar in Augenhöhe und leicht erreichbar für den Melker. Die eingesetzten Pulsatoren können über eine Leitung mit gefilterter Frischluft versorgt werden, was wesentlich zur Reduzierung des Goronspiegels beiträgt. Direkt unterhalb der Plattform befindet sich die herausziehbare CIP Jetta Schublade. Nach herausziehen der Schublade befindet sich die Melkzeugaufnahme einsatzbereit in Hüfthöhe. An der zentralen Karussellsteuerung lässt sich die Drehgeschwindigkeit des Melkkarussells leicht einstellen und der Herde anpassen. Diese Technologie trägt zum maximalem Kuhdurchsatz bei. Flexibilität ist ein weiterer Schlüsselelement des Xpedia 360iX Melkkarussellsystems. Der Xpedia 360 wächst mit ihrer Herde. Zur Erhöhung ihrer Produktion reichen eine weitere Umdrehung und 10 bis 15 Minuten mehr Arbeit. Keine weitere Investition ist notwendig. Die Leistung lässt sich weiter erhöhen, indem man die patentierten Übergänge als zusätzliche Melkplätze aufrüstet. Das Xpedia 360iX Melkkarussellsystem steht für Komfort und Sicherheit und bietet gleichzeitig maximale Effizienz und höchsten Durchsatz. Es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Bumatic zusammen mit seinen Partnern unvergleichliche Resultate bringt. Wir stellen sicher, dass sie effizient, rentabel und verantwortlich arbeiten können, um Milch höchster Qualität zu produzieren.